Die lockere Atmosphäre, die Gruppendynamik, die da so entsteht, bei dem Stefan Reuter, ist immer wieder ein Grund, auf seine Seminare zu gehen, definitiv. Ich denke, dieses wahnsinnig Authentische und gleichzeitig eben doch das Bodenständige, diese Bodenhaftung, die eben dann auch strahlt und das macht ihn letztendlich dann auch glaubwürdig. Es sind sehr, sehr viele Dinge, die neu für mich waren und genau das macht es für mich auch aus, weil ich immer der Meinung schon war, jetzt weil ich viel mit diesem Beratungstool, um das es ja hauptsächlich ging, gearbeitet habe, dass ich da schon gut bin. Aber der Stefan Reuter mich eben immer wieder auf neue Ideen bringt und das Ganze muss ich jetzt erstmal für mich sortieren und ich freue mich so richtig auf diese Herausforderung. Alles Gute dir. Dankeschön. Dankeschön.